Wer zum Teufel hat das hier stehen gelassen? Mit was ist das überhaupt verbunden? Wir haben hier die Kabeltrommel und dann... Naja. Tauchen, tauchen, tauchen. Hey! Bitte greif mich nicht. Geht doch, greif Parker! Okay, Schiffshalle. Wir sind gleich da. Diesen komischen Raymond, den will ich auch noch ausfragen. Ich glaube, es ist schon das gefüllte zehnte Mal, dass wir hier vorbeilaufen. Hörst du? Sogar gar nicht der Drahtzieher. Ja. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar. Wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris Ende. Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf. Da draußen ist was. Genau das ist die einzige Lösung gegen dieses Viech. Dann komm mal her. Kommt schon so weit, dass die Zenobia jetzt in Ordnung entfernt. Eiu! Oh, wir haben so eine Granaten. Mann, immer diese verdammten Tentakel. Warum haben wir nicht den Helikopter genommen, Chris? Jetzt frage ich mich gerade auch. ...dessen die Elektronik zerstört hat. Ja, schlimmer als ein Stromausfall. Wie viele von denen gibt es? Ja, weiter dranbleiben. Die lassen nicht nach. Die Steuerung ist ein bisschen sensibel. Okay. Wollen wir so ein Viech umfahren? Das Viech ist überall. Und riesig. Aus wie ein Band vor. Der irgendein Monsterviech rausgezogen bekommen hat. Ah. Ah, toll. Ich kann mich sogar eilen. Diese Dinger. Die Steuerung ist wirklich extrem sensibel. Komm schon, wir sind gleich da. Alles andere ist Bullshit. fully Regisseritt. Alles andere ist ein wenig. Es ist ebenso. Und dann erst mal, wir sind die Mischage zu über 오늘은. .